So, hier seht ihr jetzt eine weitere Bar im Aqua Viva Jazz. Die ist direkt hinter der Terrasse. Auch super viele Sitzmöglichkeiten hier. Und das ist eine All-Inklusiv-Anlage. Hier gibt es also wirklich alles, was das Herz begehrt. Hier ist die Bar, kann man auch schön sitzen. Ja, hier vorne geht es jetzt dann hoch zum Hauptrestaurant. Das zeige ich euch dann danach. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf gefällt mir, Freisebüro, feller drücken oder unter feller.de. So, hier sind wir an der Rezeption. Hier ist direkt der Eingangsbereich vom Aqua Viva Jazz. Hier ist die Rezeption. Alles super freundliche Leute. Und ja, da geht es dann ins Hauptrestaurant hier vorne. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, wie das Hauptrestaurant und die anderen Sachen, die es hier in der Anlage gibt, einfach auf gefällt mir, Freisebüro, feller drücken oder unter www.feller.de nachschauen. Und dann seht ihr hier die anderen Highlights von der Anlage. Super schöne Anlage, total gepflegt. Und ja, es gibt hier wirklich, 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 hier ein superschönes. Hier ist wirklich alles, also Wahnsinn, was hier geboten wird, was wir essen. Super, hier wird auch Mox-Schokofin gemacht. Hier ist die Bühne drin, da werden die Messer gesetzt. Wirklich ganz, ganz toll. Ist eine All-Inklusiv-Anlage. Und ja, es gibt hier wirklich, 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 hier ein superschönes Dessert-Buffet. Ganz, ganz viel in der vielen Sachen. Wirklich ganz toll. Und hier drüben dann viele verschiedene Vorspeisen sind hier. Und hier drüben dann viele verschiedene Vorspeisen sind hier. Und hier drüben geht es dann zu den Hauptsachen. Und wenn ihr mehr von der Anlage sehen möchtet, einfach auf Reisebüro, feller, auf Feldmeer drücken. Und dann seht ihr mehr von unseren Videos. So, hier ist jetzt der riesengroße Aquapark vom Aquaviva. Also ihr seht hier wirklich wahnsinnig viele Rutschen. Das ist wirklich Wahnsinn. Für jede Altersklasse, für kleine Kinder, für große Kinder, für die Erwachsenen. Wirklich der absolute Hammer. Und das auch noch so schön zentral. Also ihr seid wirklich innerhalb weniger Gehminuten von eurem Zimmer, vom Pool, direkt hier im Aquapark. Und das Schöne ist, wer in dem Hotel hier ist, der kann direkt in den Aquapark. Alle anderen müssen hier bei uns durchs Hotel gehen. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir hier direkt in den Aquapark rein können. Und das ist wirklich, also der Name Aquapark ist hier wirklich angemessen. Denn ich glaube es sind 30 oder 50 Rutschen. Das werde ich euch dann noch sagen. Also wirklich Wahnsinn. Und wer mehr sehen möchte, einfach auf Gefällt mir für Reise zu Fäller drücken. Oder unter www.vip-reisen.de die ganzen Infos abholen. So, hier ist jetzt die Rezeption vom Club Magic Life in Ägypten. Traumhaft schön. Hier auch die Links ist auch super, super schön. Wirklich die ganze Anlage. Traumhaft schön. Und hier ist richtig viel Platz, auch in der Lobby. Also wirklich viel Platz ist hier. Hier kann man wunderschön sitzen, hier hinten. Ich zeige euch jetzt den ganzen Club. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Reise Büro Fäller, auf Gefällt mir hier unten drücken. Und dann seht ihr weitere Videos. Oder unter www.vip-reisen.de So, hier sind wir jetzt auf der Tarasse vom Club Magic Life Kalabi in Ägypten. Hier mit Wasserspiel, total schön. Unheimlich viele Sitzmöglichkeiten hier. Finde ich so schön, ich hoffe, das kann man auch essen. Essen, total schön. Wirklich Wahnsinn. Und hier geht es dann gleich zum Pool. Den zeige ich euch gleich. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir hier drücken. Oder mehr unter www.fäller.de Hier ist der Pool dann vom Club Magic Life Kalabi in Ägypten. Wo dann auch Animation ist, Wassersport ist. Da kann man wunderschön liegen hier. Und dann zeige ich euch auch gleich mehr davon. Und dann hier ist nochmal die Lobbyterrasse, wo man super schön sitzen kann. So, hier seht ihr die Poolanlage vom Aquaviva Jazz in Ägypten. Das hier ist jetzt der Animationspool. Das heißt, da sind auch Kinder mit dabei und alles. Hier gibt es dann auch nochmal einen extra Erwachsenenpool mit Ruhebereich. Und der Pool hier ist direkt im Zentrum von der Anlage. Und hier ist es dann abends auf der Terrasse. Und hier in der Bar auch richtig was los. Hier sitzt jeder und trinkt was Schönes. Ja, super angenehm. Das ist jetzt die Bar hier direkt vor der Lobby. Und da ist auch richtig schön viel Platz. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Reisebüro Fella, auf Gefällt mir drücken oder unter www.vip-reisen.de auf unserer Homepage schauen. Und dann seht ihr weitere Berichte von uns. Danke, ciao. So, hier sind wir jetzt im Jazz Aquaviva in Ägypten. In einem Familienzimmer. Das heißt, hier vorne, wenn es nicht gebraucht wird, ist hier eine super schöne Sitzecke. Ansonsten kann man hier zwei Kinderbetten aufstellen. Dann ist hier ein kleines Tischchen. Hier geht es dann weiter. Ist dann hier das Badezimmer. Großer, begehbarer Dusche. Und Handtücher und Pflegeprodukte sind alle hier mit dabei. Dann ist hier ein kleines Minibar hier unten. Hier ist dann Willkommensgruß vom Haus. Und hier hinten kommt man dann in das große Schlafzimmer. Ein schönes Queensidesbett. Hier dann der Fernseher und der Schreibtisch. Und ganz, ganz toll finde ich, direkt hier ist der Pool davor. Da hinten ist der riesengroße Aquapark. Mit sich rutschen, da werde ich euch dann morgen noch mehr von zeigen. Und ansonsten wirklich hier das Haupthaus mit dem Hauptrestaurant hier unten. Dann gibt es zwei Spezialitätenrestaurants. Und hier seht ihr dann die ganze Anlage nochmal. So, ich werde euch jetzt einiges hier zeigen von der Anlage noch. Hoffe, dass ihr Spaß dran habt. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf www.feller.de oder hier auf Gefällt mir für unseren Kanal drücken. Und dann seht ihr weitere Videos von uns. Bis dahin, macht's gut und Servus. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.